So Freunde der Sonne, morgen geht's los, morgen Samstag, geht der Kinderumzug los, ich bin jetzt hier noch mal, hab ich das Auto zugemacht? Ne, ist nicht zu. Jetzt hier gerade noch mal zum Globus und ich weiß nicht, ob ich einen Einkaufswagen brauche, ich glaube schon, habe ich Kleingeld. Ach der Arsch, so ein Schmutz. Und noch ein paar Klopfer, ich habe die Olle schon zum Trinkgut geschickt, dass die beim Trinkgut was holt, aber das ist alles schon vergriffen. Ich gehe jetzt zum Globus, guck mal noch nach, dass ich hier noch ein paar Klopfer kriege für morgen und übermorgen. Achso, man braucht hier gar kein Kleingeld. Achso, das ist weil wir ein bisschen außerhalb sind. Hier klaut keiner Einkaufsregend. Ja, wir holen noch ein paar Klopfer, weil morgen Fasching und am Sonntag. Und wo sollen die Klopfer nicht weggehen, wenn an Fasching? Deswegen holen wir noch ein paar Klopfer und dann können wir noch ein bisschen morgen und am Sonntag noch ein bisschen mit den Leuten feiern. Hol ich noch was zu saufen, dann können sie das noch schießen. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Da ist leider komplett alles ausverkauft. Wo habe ich denn geparkt? Da ist leider komplett alle Klopfer, alles weg. Jetzt habe ich überlegt, ob ich mir Dosenbier holen soll und das mal ausprobieren soll. Weiß ich nicht, ob das halt ankommt, habe ich noch nie gemacht. Das Problem ist, hier gab es jetzt nur Funkstätter, was natürlich ein bisschen teurer ist. Also, was heißt nicht teurer, aber es ist halt normales Bier. Kostet halt 90 Cent die Dose plus Pfand. Was willst du denn da an Punkten dran machen? Da muss man schon relativ, so zehn Punkte, jetzt ist ja aufzupiepen. Keine Ahnung, da müssen schon so zehn Punkte dran. Zehn Punkte sind zehn Schuss, zehn Schuss sind 15 Euro. Das ist schon, muss ja was hängen bleiben. Bringt ja nichts, wenn ich, wenn ich es dann für, keine Ahnung, drei, vier Punkte raus spiele, bringt ja nichts, wenn nichts dran hängen bleibt. Dann brauche ich es auch gar nicht ins Sortiment nehmen. Das ist schwierig, das ist schwierig. Ich fahre jetzt noch mal zum Trinkgut bei uns. Der hatte zwar auch keine Klopfer, ist natürlich jetzt ein bisschen knapp, aber habe ich auch heute erst dran gedacht, noch Klopfer zu holen für Fasching, um das noch rauszuspielen. Klopfer sind eigentlich okay, also Klopfer gehen auch nicht immer. Kommt auch ein bisschen drauf an, wo und wie gefeiert wird. Aber es ist ab und zu gehen auch mal Klopfer raus, gerade so für drei Punkte kann man die rausspielen. Ist jetzt mit der Preiserhöhung, die ich jetzt gemacht habe dieses Jahr auch ein bisschen was. Aber man darf natürlich nicht vergessen, man schießt ja auch dafür. Also es geht ja nicht, man darf das immer nicht so verrechnen. Das ist, das machen viele. Darf man aber natürlich nicht, weil da geht es natürlich hauptsächlich ums Schießen. Und man sollte das, den Gewinn als nices Gimmick, was man noch so dazu bekommt, sehen. Und nicht im Verhältnis zum Schießen, was man dafür ausgibt, setzen. Weil ja, wie gesagt, es muss natürlich auch was hängen bleiben am Ende, weil wenn nichts übrig bleibt, dann brauche ich es auch nicht machen. Ich gucke jetzt mal, ob es im Trinkgut quasi eine billigere Sorte gibt, was so Dosenbier angeht. Und ob man das dann vielleicht so für sechs, sieben Punkte anbieten kann. Ob es da irgendwas so in die Richtung gibt. Ich hoffe. Ansonsten vielleicht hole ich es auch das Funkstätter oder so dann, je nachdem was die da beim Trinkgut haben. Und probiere es einfach mal aus, ob das ankommt. Ich glaube zum Fasching wird das schon vielleicht der eine oder andere nehmen, aber ich denke mal auch nicht so viel. Wir schauen mal, ich fahre jetzt noch mal beim Trinkgut vorbei. So, ab zum Trinkgut rein. Next try. Hier ist jetzt ein bisschen mehr Auswahl an Biersorten. Aber guck mal hier, Ratskrone 05 Pilsner. Das nehmen wir. Da nehme ich jetzt eine Palette mit und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Sechzig Cent plus Pfand können wir sechs, sieben Punkte draußen dran machen. Und dann probieren wir es einfach mal aus. Und dann schauen wir mal, wie das bei den Leuten ankommt. So, meine lieben Freunde. Jetzt ist es soweit. Fassen nach den Wiesbaden. Erster Tag, heute Kinderumzug. Heute noch keine Rosi dabei. Aber, hab mal der Gedabre. Heute als äh, Potter. Also nicht als Potter, sondern als Olaf. Vielleicht Weasley? Who knows. Ja, wir machen jetzt fertig. Ein bisschen verkleidet. Ihr seht schon. Und dann fahren wir jetzt gleich nach Wiesbaden. So, Friends, wir sind dann gekommen in Wiesbaden. Das Programm läuft ja auch schon ein bisschen. So, muss mal probieren. Wechseln, das machen wir später noch. Ja, und ihr seht schon, sind auf jeden Fall schon ein paar Läufer am Schlüsseln. Und auf der Bühne ist auch Programm. Yes. Also, schauen wir mal, was es heute morgen gibt. Und hier hat einer hingekackt. So. Let's go. So, meine liebe Freunde, wir sind durch heute. Und ich würde sagen, preislich wurde alles gut angenommen. Von den neuen Prizen her. Ja. Das sind jetzt übrigens unsere neuen Preise hier. Ich hoffe, es geht keinen Ärger wegen Copyright Musik. Das sind die neuen Preise. Und ja, wurden eigentlich ganz gut angenommen, muss ich sagen. Hab jetzt für heute nicht gemerkt. Wir schauen mal, wie es läuft dieses Jahr. Aber, ja, mir ist nichts anderes übrig geblieben, außer die Preise anzuziehen. Weil halt, ne, alles ist extrem teuer geworden. Ware extrem teuer geworden. Energiepreise extrem teuer geworden. Und alles. Deswegen muss ich dieses Jahr knackig anziehen. Ist so leider. Aber es wurde eigentlich akzeptiert, dass es so ist. Weil die Leute verstehen es ja. Die meisten denken, ich verstehe es doch irgendwie, dass es so ist, wie es ist. Dass alles teurer wird. Und ja, nicht nur die Leute wollen einen höheren Mindestlohn und protestieren für mehr Geld. Weil ich brauche auch mehr Geld. Ja. So. Ja. Das war heute Kinderumzug. Und morgen sehen wir uns. Ne, sehen wir uns nicht. Morgen ist die Rosi dabei. Ich bin morgen nicht hier. Morgen kommt die Rosi. Und ja, dann viel Spaß morgen mit der Rosi. Ich hoffe, ihr wart im Livestream dabei. Und hattet euren Spaß. So, meine lieben Freunde. Ich glaub, die Rosi ist da. Na, ihr Süße. Ich sag's euch, ne. Wir fahren jetzt nach Wiesbaden rüber. Und dann machen wir uns einen schönen Tag, ne. In Wiesbaden, die Fasernacht. Ah jo. Ich hoffe, ihr seid im Stream dabei gewesen. Weil bis das Video hochkommt, ne. Ist natürlich schon vorbei. Aber ich sag ja, wenn ihr es gesehen habt, dann habt ihr es gesehen, ne. Also, wir machen uns rüber nach Wiesbaden. Wir müssen noch ein paar Sachen holen. Und ja, da sind wir soweit fertig, ne. Also, wir fahren nach Wiesbaden. So, ihr Lieben. Wir sind jetzt fertig hier. Wir haben jetzt hier gerade alles sauber gemacht. Und alles eingeräumt. Eingeräumt? Eingeräumt. E – natürlich. Wir haben alles zusammen in die Ecke eingeräumt. Lapper … Lapper hier nicht zu. Ja. Hinkiß! Was erklärt, dass die Pendel nicht da drin fällt, duъhne killedbämba. So. Ich embedle nicht hier dazwischen. Halt doch mal dein M één. So. Also, wir haben soweit hier alles fertig gemacht. Ihr seht's schon. Soweit, alles tutti frutti. Meine lieben Freunde. Es war schön. Ich hoffe, ihr wart dabei gewesen. dem Stream und hattet euren Spaß gehabt. Einer reicht Schatzilein, einer reicht. Hattet euren Spaß gehabt. Es war schön. Wir machen jetzt hier noch fertig, machen noch zu und dann fahren wir heim und dann seht ihr morgen wieder der Olaf, wie der hier die ganze Gedöns hier abbaut. Also meine lieben Freunde, es war schön. Ich küss eure Herzen. Tschüss, eure Rosi.